Voodoo.de Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Ja, das ist ein ganz kurzes Video diesmal. Und zwar gibt es die Gewinnbekanntgabe meines Gewinnspiels von der Pimax 8KX und den Sword Controllern. Ja, da haben natürlich viele mitgemacht. Finde ich super. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei vielleicht. Und ja, die Gewinner werde ich jetzt bekannt geben. Und ich hoffe, die freuen sich. Ich denke mal schon, ja. Wichtig nochmal, bei diesem Gewinnspiel war es ausnahmsweise mal so, weil das ja auch in Zusammenarbeit mit Pimax war, dass weltweit mitgemacht werden konnte. Ja, es geht jetzt wie nicht sonst immer bei den Gewinnspielen um Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern das war ja auch auf meinem englischen Kanal. Deswegen der Gewinner der Sword Controller. Es gibt ja ein Paar der Sword Controller. Der Gewinner kommt aus Polen tatsächlich und heißt, herzlichen Glückwunsch, Bartos Zimbinski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bartos Zimbinski, herzlichen Glückwunsch. Und du kriegst ein paar brandneue Pimax Sword Controller. Pimax wird dich direkt kontaktieren und dir die Teile dann zuschicken, wenn du denen dann die Versandadresse natürlich mitgeteilt hast. Wichtig. Also keine falsche Adresse oder was angeben ist, dann kommt es Weiß der Geier gar nicht an. Wichtig. So. Jetzt kommt's. Und die Pimax 8KX, unfassbar, die hat einen Wert von weit über 1000 Euro, ja. Die Pimax 8KX, die geht nach Prag. Unglaublich, nach Prag geht die. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Milo Milat. Bin ich jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Du wirst auf jeden Fall sowieso über deine E-Mail kontaktiert. Und dann gibst du bitte deine richtige Adresse an in Prag, wo du wohnst. Und dann kriegst du von Pimax die 8KX zugeschickt. Ja, an alle meine deutschsprachigen Freunde. Tut mir leid, diesmal geht's halt mal nicht nach Deutschland, Schweiz, Österreich. Ist halt so, ja. Es haben so viele Leute auf dem ganzen Planeten mitgemacht. Ja, und deswegen ist es halt nochmal so. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Es wird natürlich in Zukunft auch nochmal Gewinnspiele geben. Ja, und ja. Also immer schön dabei bleiben. Meinen Kanal abonnieren. Die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wie gesagt, die beiden Gewinner nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet von Pimax direkt kontaktiert. Also, das war mein Pimax-Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Ciao. Wudo.de